Und begrüßen, tumoi, und bääh, verkackt, nochmal bitte. Und begrüßen tun bei euch recht herzlich zu meinem Let's Play. Wir, das ist ich und mein Mick, rede ich gerade, warum rede ich in der Wirform, wenn ich alleine bin. Ähm, ok, ja, zu meinem Let's Play, Donkey Kong Country 1. Wir waren hier mitten auf der selbstgestreckten Brücke, so heißt das Level, das ist ja so, ne. Liegt nicht an mir, dass ich es so nenne. Köln Bau und wo und jetzt wird mal ein bisschen Euro und dies über zwei Euro diese Gemeinde vier ich glaube jetzt kommen sogar drei oder so oder dafür hätte ich sie gebrauchen können so als ich schon wieder nicht hin ja super dankeschön ich vergesse es immer aber ein Wiesel der die Kinder in Dortmund oder nicht um 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 auch dieser einer dieser Post einer nicht an an meinem Kumpel Alex Aka Master X er waren wir ein bisschen höhe na sag ich dazu nicht Krimskrams GmbH ok natürlich ich auch so was wohl produziert die Krimskrams GmbH TNT na ja ok also singen definitiv nein Ramon nein und tanzen erst recht nein Ramon let's play bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob es euch gefällt vor allem es muss ja nicht mir gefallen es muss ja euch gefallen und ja ich habe ja noch nicht so viele Statements bekommen da mir kaum jemand Kommentare schreibt das finde ich total merkwürdig andere Let's Player ok ich kann das bestimmt nicht mit denen vergleichen weil die schon ganz ganz viele Abonnenten und sowas haben aber die kriegen alle drei Minuten einen Kommentar und die krieg ich nicht mal in zwei Tagen ja doch in zwei Tagen schon aber nicht mal ach komm ich gehe auf rund 2 mein Gott kein Nerv drauf mehr so ich nehme es wie ein Mann meine meine nicht vorhandene Karriere so so aber eigentlich finde ich es ja ganz in Ordnung wie es ist ich bin immer noch über neun Abonnenten stolz ja ich bin stolzer Besitzer von neun Abonnenten wer kann das von sich behaupten ein Drittel der YouTuber nicht ich schätze ich mal so nein und das war der Tod gut so so Zeit genommen und weiter geht's Donkey Kong das ist mein Lieblings Kong gewesen bei Donkey Kong 64 was ich wahrscheinlich nicht let's playen werde ich hab mal drüber nachgedacht aber nein es gibt auch schon so viele Leute die das gemacht haben und da würde ich nicht noch dazu kommen das war sehr schwer ja und nein ich möchte nicht den Alltagskraut von jedem Let's Player deswegen hab ich auch gleich am Anfang gesagt hab als ich angefangen hab aber ich möchte nicht Selection of Zelda gleich als Angebot bekommen hier also zumindest nicht äh die beiden Teile hier auf N64 da die wirklich jeder Let's uah jeder zweite Let's Player gemacht hat und ich könnte mir vorstellen Link to the Past zu spielen ja aber das ist auch schon durchgekaut das werde ich dann auch nur auf Anfrage spielen und ja das ist ne jeder kennt es und deswegen hab ich auch keinen Bock ich möchte eigentlich mal ein bisschen was anderes machen und ich wollte Bubble Bubble eigentlich Let's Play bis ich dann gesehen hab dass es der Sui so super gemacht hat muss ich sagen oder dabei ist es zu machen ich hab's noch nicht ganz zu Ende geguckt ich weiß noch nicht ob er's schon fertig hat äh Bubble Bubble ist ein echt cooles Game für den NES und schade er war ein bisschen schneller als eigentlich mit der Idee sonst ne die Idee ist bei mir gesehen aber okay ich hatte noch andere Projekte wollte ich jetzt auch anfangen mit zum Beispiel Mario RPG oder RPG wie man es halt möchte auf einer deutschen ROM sag ich mal ja ich romme also hab ich ein Emu und ähm ja das hatte ich vorher oder Final Fantasy die ersten Teile ich hab noch nie ein Final Fantasy Teil gespielt und das wär mal einer meiner ja mein Gott einer ein Versuch wert sag ich mal ein Let's Play Final Fantasy 1 und 2 oder 1 oder 2 muss ich mal gucken ich würde sagen ich würde mit 1 dann anfangen bloß sie sind mir dann immer so textlastig das ist mir dann immer ein bisschen zu viel und damit möchte ich dann auch noch etwas sagen nehmts mir nicht übel Leute ich bin auch nur ein oh du normal Schüler was fallen mir hier für Worte ein oh Gott du müsst ja denken dass ich hier wie sonst einer redet in der Schule oder zuhause ganz im Gegenteil ok ähm meine Hobbys damit ich mal dazu ein bisschen was sage über mich weil über mich habe ich so gut wie nichts gesagt was wir auch ein Eigenschaften wird eigentlich auch dazu finde ich meine Hobbys ich bin leitschaftlicher Let's Player jetzt geworden und nebenbei bin ich noch als DJ aktiv und ja ich spiele im Fußballverein wow das war knapp spiele im Fußballverein aber am größten Teil noch haben die DJ'n halt FP Öners oder steckt der geiermeier noch einer sie ist so episch egal in welchem domicil spiel das ist ganz großer faktor für ein letztes Jahr immer die musik was für musik macht da hat das Geld in der Musik definitiv einer der besten in der Musik definitiv einer der besten in der Musik jetzt habe ich es geschafft ich weiß zwar nicht was das im Hintergrund ist ob ihr das auch wird aber ok ich höre einen komischen Ton ich hoffe mal dass ihr ihn nicht hört wenn ja denn tut es mir leid den kann ich es aber nicht ändern ja ich stehe ich ja wieso drehst du dich ich halte die ganze Zeit die 4x-Taste gedauert ja 4x-Taste wegen die darum so fail so ja ja bis klar Affen Kong hab ich nicht noch bei Mario Party bei Donkey Kong gelästert ich glaube ja aber du wirst natürlich nicht zum Lästern gedacht und die Umgebung du bist schon klasse echt du kriegst wenn du so weiter machst du bekommst von mir einen guten Rühlschlern und das geht schon mal nicht ok dann läufig ich endlich in der Wende oder auch nicht es kotzt mich an ich werde noch einen Versuch hier mit wagen und dann lass es auch ich werde nicht rennen ich werde ein ganz normales Level gehen so ok guckstück oh oh o ha oh ich muss das machen, ich muss hier mit der 4X-Taste arbeiten sonst kann ich hier meine Sprünge gar nicht machen weil ich sonst zu weit noch was war das denn, oder? fall jetzt mal runter, genau so oh nein, hier so die die na, ich brauch ein ich brauch einen Vergleich für die die Dr. Blender-Dent-Werbungsträger oh, und hier kommt was soll das denn? ich hab doch nichts geändert vom Drücken oder so total überflüssig jedes Mal das gleiche tut mir leid wegen dem Fail und wegen wegen dem Gehen so so ja, es geht mir langsam auf den Sack, dass ich ich hab langsam nichts mehr zu reden, weil ich immer am gleichen Level fail und im gleichen Level, nein doch fall runter, fail runter und fall da drauf und schwupp, sind wir wieder zu zweit ja, komm hier kleines Geiermeierchen Chilli Hot Dog, ja, wie komm ich auf den Namen? ähm, ich werde daraus ein kleines Quiz machen am Ende wird es bestimmt irgendwann mal ein Gewinnspiel rausgeben es gab mal eine Figur dessen Lieblingsessen war der Chilli Hot Dog eine Anlehnung an diese Figur, also ja ihr könnt es mir in den Kommenten oder als PR schreiben ich hätte es gerne als Kommenten ja, wer ist denn nun diese Figur gewesen da? für den Gewinner lasse ich mir was einfallen der kommt in den Credits irgendwann mal vor von meinem Video ich werde irgendwann nochmal Videocredits nachfügen selbstgeschriebene natürlich oder zum der wird im der wird im 100 Abos Special erwähnt, genau wer ein bisschen Ruhm haben möchte, der ne sorry, ich kann nicht mit großen Preisgeschenken dienen hier sagt der, der sich Preps kauft okay ähm ja Leute wieso kann ich denn hier nicht ja so Leute das war die Episode für heute ich wünsche euch noch einen schönen Abend einen schönen Tag einen schönen Mittag egal zu welcher Jahreszeit, na klar zu welcher Tageszeit ihr das Video guckt ich habe jetzt keine Lust mehr und werde mein Gamepad gleich in die Ecke schmeißen also viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal T Baum TAKE T dep Targ T res T T